Raffinerie, komm! Auto, komm! Jo, da hat der Eiskalt hier mal ein Gebäude erobert, was soll denn das? Da unten hat er auch... Oh, da hat er Kraftwerke. Oh, da hat er noch eine Marinefabrik. Und da auch noch. Und der hat eine Kirov. Die geht mal runter. So. Dann bauen wir hier das. Oh, wir können wirklich CD zum Auto bauen. Komm, noch ein bisschen mehr Kampfsteuerung, oh Gott. Aktiviere das Ding hier. Wir frieren das mal ein bisschen ein. Raffinerie, Kern. Bau abgeschlossen. Und... Geld ist jetzt wahrscheinlich das meiste, was wir jetzt brauchen. Sie lenken uns ab. Ich hab schon alles gesehen. Unser Verbündeter wird angegriffen. So. Scheiße. Komm, Nanoschwan, äh, äh, CD... Mua. So, ihr seid alle Team 1. Irgendwas auf dem Sommer. Du gehst mal dahin. Du gehst mal dahin. Komm, CD-Dezimator, ich bitte dich, komm raus. Du gehst mal dahin. Lol. Yuriko... Ah. Zum Horizont. Ich hab schon alles gesehen. Bau abgeschlossen. Unzureichende Mittel. Äh, äh... Yuriko ist echt praktisch in solchen Situationen. Das muss man zugeben. Unser Verbündeter wird angegriffen. So, etwa Dezimator-Kern. So. Ihr seid Team 1. Ihr greift alles an. Ihr geht hier hin. Wird gebaut. So, wir machen das jetzt mal so. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wir zerschönen alles, was wir erreichen können. Repariert. Bau abgeschlossen. Ah. Blöd. Vorbereitung ist geschlossen. Wir besiegen sie. So. Der Kurs ist klar. Der Tag des Struktums ist geklungen. Die ziehen jetzt mal bitte da drauf. Die auf die Mix. Gut. Hier frieren die auch mal ein. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Eins. Weiter runter. Weiter runter. 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 Wir sehen uns um. Das ist unsere Chance. Wir nehmen Fahrt auf. Unser Verbündeter wird angegriffen. Dann gegen die Marine werft. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Nein, wer denn nicht? Jetzt ist er dagegen. Danke. Jetzt dagegen. Wie sieht's da oben aus? So. Mal sehen. Ist nichts zu sehen. So. Sieg ist unserer Bestimmung. Jetzt mal ein bisschen. Nein. So. Zerstört was sie lieben. Genau. Nämlich die Marine werft. Das lieben sie am meisten. Schätze ich. Oh verdammt der Bot den scheiß wirklich auf. So. Letztes Geschwader bereit. So. Dann das da. Keine Sorge. Reicht nicht von unserem Weg ab. Der Tag der Schlimmänner hat sich das Leben kommen. Alles nicht. Ihr geht mal bitte. Nein. Der Kurs ist klar. Ich hab schon alles gesehen. Danke. Freundlicher Shogun-Hilfer. Jetzt wird man wieder normal groß. Wir dürfen sie nicht unterschätzen. Das ist unser Schutz. Seht das Shogun-Schlacht. Seht das Shogun-Schlacht. Jetzt weg zum Wachs mal bitte. Danke. Danke für die Hilfe. So. Wo ist denn der sowjetische Typie? Sein MBF ist da. Was ist denn das Ziel der Oberloch zerstören? Ach zerstören. Das ist gut. Das ist zerstört. Dann das da. Die fahren durch und beschießen alles. Das ist gut. So. Genau. Und zack, zack, zack. Auch noch. Eine Einheit wird angegriffen. So. Dann den da bitte. So. Wo denn? Wo ist denn die Bombe? Ich hoffe hier irgendwo in der... Ah, da. Ist ganz gut. So. So. Da sind auch noch welche draußen. Das machen wir mal. Unterbrechen. So. Die bezahlt jetzt zwar rum, aber... Die machen wir trotzdem weiter. Wir zeigen denen keine Gnade. So. Bitte auf die Threadnought. Ach komm. Ich hab schon alles gesehen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wird gebaut. Sie werden alle bezahlen. Als könnte ich mich jetzt wirklich auf sowas achten. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich hier keinen Strom hatte. Ähm, sieben oder fünftig. Ja, zwei Stück sollten reichen. So. Jetzt bitte erstmal auf das NBF. Erstmal auf das NBF hier. Dann haben wir noch Abwehrdrohnen. Abwehrdrohnen. Diese ganzen Schubunschlag-Schiffe. So. Erstmal das NBF weghauen. Mein Ninja ist komischerweise auch da unten. So. Und jetzt noch die Vakuum-Bombe. Letztes Geschwader bereit. Da ja die Kyrov hier vorbeifliegt. Oder hier oben. Ne, hier oben nicht. Ja, aber sie beschießen schonmal alles. Das ist sehr schön. So. Das Kriegslabor. Das muss auch dringend weg. Okay. Und dann nochmal auf diesen Superreaktor. Dann ist mein... Ach, mein Zieldizimator ist bald bereit. Noch 10 Minuten. Also packen wir schon. In 10 Minuten werden wir das schon schaffen. Und der eine Typ da hier schreibt. Die Mission ist scheiße. Dann... Der muss aber ganz schön schlecht sein. Aber... Na gut. Ich werde nicht mehr investieren. Die Mission ist wirklich nicht die schönste. Aber es geht. So schlecht ist sie nun wirklich nicht. So, hier geht man auf die Seite. Und ihr Sea Wings geht hier ran. Ich bin ein Romano. Ja, wir dürfen sie nicht unterschätzen. Feindlicher Ingenieur entdeckt. Wird gebaut. Hier bauen wir nochmal Sea Wings. Sea Wings, Sea Wings, Sea Wings, Sea Wings, Sea Wings, Sea Wings, Sea Wings. So. Die Kaserne erstmal. Und dann die Waffenfabrik. So. Die drei platzieren sich mal da hin. während die drei sich hierhin platzieren und das bitte nochmal machen ja und dann schließen wir hier den Superreaktor hier drauf auf den Superreaktor, immer schön auf das große Ding immer das was am mächtigsten Wum macht und dann zieht ihn zum Motor und das Ding steht noch, unglaublich so ihr geht in die Lüfte ihr Siebix fliegt fliegt wie konnten sie sowas bauen? ne die Japaner haben, ja die Japaner haben Ehre also was meint ihr hier mit Hinterlist? ich hab sie hier ehrenhaft mit dem Wasser angegriffen oh, das kam ich weiß dein Nanoschwarm ist noch nicht aufgeladen meiner schon aber so ja, Yuriko ist auch hier die räumt auch auf das ist schön Ja, wir haben auch schon alles gesehen. So, und dann ist hier das. Das letzte Dings ist wohl nicht eingetroffen. Schade. So, jetzt haben sie keinen Strom. Und jetzt haben sie auch noch keine Kraftwerke. Die C-Wing gehen hoch. Und die zerstören hier weiter. Da, 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 bumm. Und dann noch die Flak. Ach, selbst ihre lächerlichen Apollos können jetzt nicht mehr helfen. Und, und, und noch mit dem Superreaktor. Dafür habe ich mich auf den weiten Weg aus Russland gemacht. Na gut, kennen wir sie wenigstens. Ja. Dafür haben, dafür hast du dich auf den weiten Weg gemacht, Krokow. Ja, genau dafür. Tja. Der ist bis am Arsch. Jetzt seid ihr alle am Arsch. Hm. Unsere Schiffe sind ja anscheinend weg. Bis auf die hier. Ja, ihr geht mal dahin. Hier, danke. Ach, haut mal, haut mal die, haut die Typen da weg. Die Yuriko macht mir aber trotzdem ein bisschen Angst. Sie erinnert mich irgendwie so, so, so ein armes Kind halt irgendwie. Ja, ich meine, wie ihr das schon sagt, wer braucht schon Freunde. Also, für heute ist schon ein wichtiger Aspekt des Lebens. Wenn man keine hat, dann, dann stimmt was nicht. Das war eine Niederlage für uns, aber es ist noch nicht vorbei. Jo, das, das glaube ich dir. Äh, für mich ist diese Schlacht schon vorbei. Denn wir haben gewonnen. Tja. Gesiegt. Jo, Riko ist blödisch mal ein bisschen gruselig da. Aber, ey, wenn man schon sowas sagt, dann finde ich das irgendwie nicht okay. Dann, dann kann etwas nicht stimmen. Und das ist nie gut. Und wir haben gewonnen. Dies ist dein neues Zeitalter, Commander. Jo. Wie auch immer. Das machen wir jetzt im nächsten Part. Deswegen würde ich mal sagen, bis zum nächsten Part. Adios.